Also es ist schon immer spannend, wenn es so eine Historie von einem Unternehmen, ich gehe davon aus, Reinhold würde sagen, ihr seid ein sehr junges Unternehmen mit 20 Jahre, aber auch 20 Jahre hat wirklich eine tolle Historie, wenn man dazu hört, da merkt man ja auch noch, dass da sehr viel Empathie mitschwimmt und Emotion mitschwimmt, das finde ich toll, aber wir haben natürlich auch Zukunft, sehr gute Zukunft, im Grunde arbeitet der Automarkt, der Truckmarkt für uns, sehr viel wird elektronisch, das ist unser Geschäft, wir müssen das einfach nur richtig deuten und und wir haben ja unsere Vision 2525 und spannend ist ja, und das ist ja die Entwicklung, dass die WAU ja nicht mehr WAU geblieben ist, sondern die Mutter quasi der WAU Group geworden ist und dazu ja die Autokom in Schweden gehört, mit ihren vielen Entwicklern, Frenkie, du bist Geschäftsführer, ich glaube über 120 Mitarbeiter. Ja knapp 100. Okay, dann haben wir die WAPCO wird in die WAU Group mit reingeholt, die dieses Jahr 10 Jahre wurde, wir haben, das war so der Anfang meiner Zeiten in Faenza, die WAU Italien gekauft, die unsere eigenen Klimaservicegeräte produziert, wir haben das Fleuchhaus Team gekauft, das unsere eigenen Reparaturdaten, Reparaturleitfäden produziert, wir haben die UK, WAU UK gegründet, was wir übernommen haben, was sich gut entwickelt, wir haben die WAU Schweiz übernommen, das sich sehr, sehr gut entwickelt, also da sind doch tolle Sachen drin. Aber es gibt natürlich auch Themen, die man braucht, um unser Geschäft überhaupt oder sich deutlich vom WAPCO abzusetzen, das ist eins. Ein großes Thema, was du auch betreibst, Frenkie, das ist der Service. Wie siehst du den in der Zukunft? Ja gut, also wir sehen den Service singulär, aber eigentlich ist es einer von drei großen Säulen und das ist das, was die WAU Group ausmacht und wo wir auch immer hinwollen. Wir sind in unserem Markt wahrscheinlich das einzige Unternehmen oder die einzige Unternehmensgruppe, die Entwicklung, Service und Vertrieb unter einem Dach hat. Ja, Entwicklung, Produktion, ja genau. Und das unterscheidet uns ja von allen Wettbewerben und das ist eine große Stärke, wenn man das richtig anwendet. Und klar, der Service trägt seinen Beitrag, wenn der Vertrieb seine Arbeit gemacht hat und Service wird in der Zukunft vor allem wichtig, weil auch in der Phase der Digitalisierung, wenn die Geräte vor Ort sind. Ich glaube, der Service und die Unterstützung bei Hotline oder bei der Reparatur vor Ort, das wird nach wie vor bleiben. Das ist ein Zukunftsthema und natürlich, wenn wir es gut machen, ist das auch ein maßgebliches Unterscheidungskriterium oder Qualitätsmerkmal für unsere Produkte. Und daran arbeiten wir. Ja, absolut. Stichwort Qualität. Da bist du jetzt verantwortlich. Ich weiß noch, wo wir beide gesprochen haben und haben entschieden, okay, wir treiben das Thema, wo man dich aus der Produktabteilung rausgenommen hast. Du warst ja der allmächtige Produktmanager und jeder hat gesagt, wie geht denn das? Wie geht denn das? Und so richtig wussten wir auch nicht, aber wir wussten, es gibt was Wichtiges. Jetzt erzähl mal was zur Qualität, wie sich das schön entwickelt hat. Ja, bist du Frank ja richtig, wo er gesagt hat? Wir waren eigentlich von vornherein eigentlich auf ein starkes Wachstum ausgelegt. Zum einen, also wir waren ja auch immer sehr stark bei den Divisionen international vertreten, haben dort präsentiert. Ich kann mich erinnern an die ersten Präsentationen mit zwei synchronen Dolmetschern. Da habe ich dann immer meine Präsentation vor 200 Leuten mit meinem speziellen Audi. Also damals haben wir da spezielle Fahrzeuge dann halt dementsprechend gehabt, weil die Abdeckung natürlich am Anfang noch nicht so gut war. Und dadurch sind wir natürlich zum einen im internationalen Vertrieb sehr schnell gewachsen. Das ist ja auch Word-like, die Multiplikation. Und zum anderen haben wir natürlich das Produktportfolio ständig ausprobiert. Wir waren ja auch immer dieses Labor, das die Vision Outdoor von Wirt, sage ich mal. Wo man gewisse Themen unterstützen zu den Wirtprodukten, die man versucht hat, systemisch dort reinzugehen und das aufzubauen, um eben diese Wirtprodukte dauerhafter oder fester beim Kunden zu installieren. Und durch diese Thematik hat sich das natürlich jetzt auch angeboten, dass wir dort dieses Thema Qualität weiter ausgebaut haben. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, man muss immer neues Land erobern und muss es dann natürlich sichern und muss es dann bewirtschaften, was wir durch den Service und so weiter sehr gut machen. Und dieses Thema Qualität sehe ich in Zukunft, um eben, das ist das Standbein, um weiter das Unternehmen, dass es weiter wachsen kann, gesund wachsen kann quasi. Dass wir die Basis, die wir jetzt haben, dass wir die einfach gesund weiter ausbauen mit den Strukturen. Und natürlich, wir haben das aufgebaut und haben dann natürlich als Krönung haben wir dann zertifiziert. Autocom ist ja schon seit 2012 zertifiziert, ISO 9001 zertifiziert und ISO 14001 zertifiziert, was natürlich auch maßgeblich getrieben war durch dieses Key-Account-Geschäft durch Autocom. Das wollen ja dann auch die Kunden, bei uns war das, von meinem Gefühl her, eher diese Basis aufbauen, um weiter zu wachsen, dann dementsprechend. Im Moment, Wabco wird, WOW haben wir zertifiziert, eine Matrix-Zertifizierung. Und jetzt als nächstes Projekt, großes Projekt, dass man die, dass man die WOW Italy dort auch mit reinholt in diese Zertifizierung. Markus, wie ist denn das für dich? Ich meine, hier steht der Vorgänger, der hat das Ganze aufgebaut. Jetzt schaut er von oben drauf, was ihr tut, ob das alles rechtens ist, ob das alles Sinn macht, passen die Prozesse, werden die alle dokumentiert? Also wie fühlst du dich da? Die Struktur, die der Frank gelegt hat und die er heute auch überwacht, ist natürlich essentiell. Anders wäre unser heutiges Arbeiten überhaupt nicht mehr denkbar. Und seit wir uns in den Produktfeldern gegliedert haben, sind wir ja auch in der Zukunft eingestartet, auf die wir uns einfach wahnsinnig freuen. Die Schlagworte lassen sich ja in jeder Dimension ausdehnen, also verbundene Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge, Elektromobilität. Das lässt sich ja auch in viele, viele Bandbreiten multiplizieren. Und wenn ich sehe, wie wir heute in den Produktfeldern darauf antworten dürfen, wie wir uns auf die Zukunft vorbereiten mit dem heutigen ACS-Carsystem, das wir noch gestartet haben, Online-Diagnose, wenn ich nicht zu viel verrate, darauf freuen wir uns heute schon wahnsinnig und unsere neuen Gestaltungen in der Diagnose, um nun mal dieses Produktfeld zu nennen. Und gleiches geschieht im Bereich der Abgasuntersuchung, wo wir jetzt wieder verstärkt haben und wieder neue durchstarten werden und auf neue Märkte international gehen. Und wir gucken uns den Bereich Klimaservice an, wo wir durch die eigene Fertigung ganz, ganz neue Möglichkeiten haben. Und wir sehen, dass die Fahrzeuge uns immer wieder neue Möglichkeiten bieten, um dem Kunden dann neue Lösungen zu schaffen. Also ich darf für uns sagen, wir freuen uns auf die Zukunft, die im Produktfeld. Im Marketing geht es weiter, weil jetzt leben wir eben dort die Online-Vision, die vor 20 Jahren einmal geschaffen worden ist, in der Kommunikation, in den Shopping-Möglichkeiten. Und ihr merkt, da steckt Emotionen in, da habe ich richtig Lust drauf, da freuen wir uns. Gut. So, das ist ein wichtiges Thema, aber das dürfen wir auch nicht vergessen, denke ich, auch 20 Jahre. Das ganze Thema lebt halt mit Menschen. Also so technisch, wie wir sind, ohne die ganzen Mitarbeiter, ohne die Menschen, wäre das wahrscheinlich überhaupt nicht möglich gewesen. Und es gibt ja jetzt auch seit gut drei Jahren einen Vertrauensrat. Und Micha, du warst ja der erste Vorsitzende des Vertrauensrates. Wie war das so in der Anfangszeit? Also du hast die Bau mit aufgebaut. War das für dich notwendig? War das schwierig zu implementieren? Oder wie war das? Das war spannend und eine mega Challenge. Wir haben quasi wie der Franks-Worttag auf der grünen Wiese angefangen. Also es gab ja vorher nichts. Man hat sich dann für eine Mitarbeitervertretung entschieden. Und wir haben dann in den ersten Meetings Kontakt geknüpft zu der ABKG. Die hatten ja schon einen Vertrauensrat. Die hatten auch mit dem Haushalt, mit dem Anwalt, einer, der auch so ein bisschen an die Hand genommen hat. Und so die rechtlichen Rahmenbedingungen gesagt hat. Und dann sind wir losmarschiert. Und haben uns auch ab und zu mal eine blutige Nase geholt. Aber am Ende vom Tag haben wir, glaube ich, dieses Konstrukt Vertrauensrat hier gut etabliert. Also generell, wenn man sagt, oder wenn man sieht, die Entwicklung von Mitarbeitern hat hier in den letzten Jahren Quantensprünge vollzogen. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, wo Markus und ich angefangen haben, da war das noch so ins kalte Wasser schmeißen. Und jetzt los geht's, hier habt ihr eure Sachen. Mittlerweile ist es mehr so, wir bilden ja selber Ausbildende aus. Wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, der hat einen Einarbeitungsplan, der kriegt ein Duklet. Also von daher sind wir da schon relativ weit im Grundeweg. Ich glaube, das Wichtigste tatsächlich, wenn das so eine Quintessenz ist, ist tatsächlich, dass man die Mitarbeiter, dass man die im Boot hat, dass die mitgehen. Man kann nicht immer alles richtig machen, das ist schon klar. Und sowieso nicht in 20 Jahren, aber man kann vieles richtig machen. Und das scheint euch gelungen zu sein, sonst wäre das Unternehmen nicht mehr da. Und ich glaube, dass wir gute Ideen haben, einen guten Mitarbeiterstab, dass wir auch unsere Vision 2525 erreichen können. Und darüber hinaus auch noch sehr viel Spaß haben werden innerhalb der Bar.